Wie ich euch schon bei Facebook und Instagram angekündigt habe, gibt es heute noch mal eine Community-Rabattaktion, die ich noch mal für euch ausgehandelt habe, denn wir blicken noch mal zurück. Ich hatte ja schon die Dino Craft Paket im Spezialangebot, dann hatten wir den Dr. Wack High End im Spezialangebot und da haben sehr viele mir auch noch mal zurückgeschrieben, dass es echt eine schöne Sache war, dass ich so was noch mal mit Dr. Wack zusammen gestartet habe. Und wir blicken noch mal zurück hier auf die Amazon Prime Days, denn da fehlten uns auch jede Menge Klassiker, unter anderem auch der Sonax Brilliant Shine Detailer. Ist ja wirklich ein Produkt, was eine riesengroße Fangemeinde hat, auch ich zähle ja hier zu den Fans. Das ist ja hier so ein Detailer mit einem sehr starken Versiegelungsanteil. Ihr könnt ihn auch gerne als Sprühversiegelung bezeichnen, ihr könnt ihn als Detailer bezeichnen, wie ihr wollt, könnt ihr machen, wie euch das am besten passt. Eins zu eins verdünnt wird ja noch besser vom Auftragen her. Ihr könnt ihn als Trockenhilfe nutzen, ihr könnt ihn auf trockenem Lack aufsprühen, auf nassen Lack aufsprühen, für die Felgen nehmen. Also das ist hier wirklich eines der genialsten Lackschutzprodukte der letzten Jahre und hat deswegen auch wie gesagt eine riesen Fangemeinde. Und bei den Amazon Prime Days hat der mir einfach komplett gefehlt. Und deswegen starten wir jetzt noch mal eine richtig spezielle Aktion für euch folgendermaßen. Ihr bekommt hier den Sonax Brilliant Shine Detailer für 39,90 Euro inklusive Versand, aber nicht die Flasche, sondern ein 5 Liter Kanister und 2 x 750 ml. Das sind 6,5 Liter Sonax Brilliant Shine Detailer. Das reicht auf jeden Fall länger als eine Woche. Ich hoffe doch. Kleiner Spaß am Rande. Das hält auf jeden Fall mehrere Monate, wenn nicht sogar locker über ein Jahr, je nachdem wie oft ihr das einsetzt. Also 6,5 Liter. Ihr könnt das auch gern noch eins zu eins mischen, dann braucht ihr einen richtig großen Kanister, um das einzulagern. Also könnt ihr gern hier an eure Freunde dann noch weiter verschenken oder an die Familie, was auch immer. 6,5 Liter, 39,90 Euro. Ist ein unheimlicher Knallerpreis. Ihr kommt auf einen spitzen Literpreis. Ich glaube, das gab es bisher noch nie. So günstig in den krassen und günstigen Konditionen. Wer da als Sonax Brilliant Shine Detailer Fan nicht zuschlägt, muss man eigentlich sagen, ist wirklich selber schuld, weil für den Literpreis bekommt ihr das, glaube ich, nie wieder. Und deswegen ist es auch eine zeitlich limitierte Aktion. Die läuft bis Sonntag 23.59 Uhr. Also dann Montagnacht stoppt das Ganze wieder und dann kommt das auch nie wieder. Weil ich musste echt eine Weile kämpfen, um diese Aktion hier für euch starten zu können, weil der Literpreis unheimlich gering ist. Und deswegen macht auf jeden Fall mit. Schlagt zu. Ich werde selber zuschlagen, weil ich will das ja auch wieder mal an euch verlosen. Und bei dem Literpreis kann man eigentlich nichts falsch machen und versandt es ja auch gleich noch mit inklusive. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Rabattaktionen, dann zeigt es mir gern mit einem Daumen nach oben, schreibt gern einen Kommentar unten rein. Was sagt ihr hier zu dem Angebot? Ist es günstig? Ist es zu teuer? Obwohl das sehr merkwürdig wäre. Also schönes Angebot, wie ich finde. Macht gern mit. Und wenn ihr noch Fragen habt, hier auch zum Sonax Brilliant Shine, dann schreibt es gern unten in die Kommentare rein. Und Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ihr bekommt diesen Specialpreis nur, wenn ihr den Rabattcode nutzt. Sonst ist der Artikel einfach ganz normal vom Preis her. Also nur mit dieser Rabattcode-Aktion, hier mit dieser Community-Aktion bekommt ihr auch diesen genialen Literpreis und den genialen Gesamtpreis. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr einschaltet. Gebt mir gern Feedback hier zur Sache. Bis zum nächsten Mal. Ciao.